Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideos auf meinem Kanal mit mir. Was geht ab, Leute? So kleine Info, morgen den 20.01. gegen 22 Uhr wollte ich gerne auf meinem Hauptkanal einen Livestream machen. Der wird sogar 22 Uhr starten, kann auch ein bisschen früher sein. Wie lange er geht, weiß ich nicht. Kann bis 11, 0 Uhr, 11, halb zwölf sein. Da werden wir halt ein geiles Game zocken. Noch spoiler ich nicht, was für ein Game ich zocken werde. Aber ja, seid definitiv deswegen halt mal gespannt. Und, äh, was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, und wie gesagt, am 22.11. das ist diese Woche ein Samstag. Wollte ich auf Twitch streamen, aber da werde ich auch dann noch ein Infovideo machen, wann ich, welche Uhrzeit ich genau denn da streamen werde. Da werden wir auch, weiß ich nicht, ob wir ein oder zwei Minigames streamen, aber eins auf jeden Fall. Zwei weiß ich noch nicht, aber kann gut sein. Und, ja, da versuche ich dann auch mal, weil das mein erstes Stream ist, mal ein bisschen länger halt zu streamen. Ja, seid darauf auch auf jeden Fall mal gespannt. Habt aber auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Morgen kommt auf jeden Fall um 14.30 Uhr auch ein naises Video. Seid gespannt. Haut rein, euer Let's Game HD. Ciao. Oh.